Ja, okay, okay. Seine Heilung geht voran, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Die Streitkräfte des Zeugen, die strahlende Brut besiegt. So viel Veränderung. Wir haben so lange gekämpft. Und jetzt haben wir gewonnen. Ich dachte, es würde sich anders anfühlen. Naja, vielleicht, weil wir noch nicht gefeiert haben. Hüter, Geist, gerade rechtzeitig. Sag ihnen, Kate würde sich durch ein bisschen Arbeit nicht vom Feiern abhalten lassen. Du hast recht. Wir müssen uns Zeit nehmen. Den Moment zu genießen. Und danach? Stellen wir uns der Zukunft, wenn sie da ist. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018